Sarah, lass sie doch einfach in Ruhe. Du hast doch mit all dem gar nichts zu tun. Was geht denn all mit ihr? Aber all, du, warum hackst du denn jetzt noch auf ihr rum? Ja, du hast mich doch, lass mich doch mit ihr unterhalten. Was ist denn dein Problem? Sagst du Mädchen, Knie nieder und so? Gebe da auf die Knie, so steht es da. Ey, wie, Mann. Steht da, du musst auf die Knie gehen. Geh auf die Knie, Mensch, das ist so nicht das erste Mal. Du kennst das, da auf den Knien zu rutschen, Mensch. Runter jetzt mit dir. Ich hab dir das verankert heute gestern. Das ist mein Witz, okay? Und mein Witz. Ich wollte mit dir reden. Habe ich gesagt, da hatte ich heute die Möglichkeit zu reden. Ich stehe hier stundenlang in der Küche, du lässt einen verschissenen Teller überall stehen. Wer bin ich denn für dich? Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe das Badezimmer geputzt, weil ihr eure Scheiße da legen lasst. Ich stehe in der Küche und du kannst mit mir reden. Ich putze es bei mir. Oder wenn man Interesse hat, dann sucht mal jemanden und sagt, bitte, ich möchte mit dir reden. Mach mich nicht blöd, okay? Mach mich nicht doof. Nee, das bist du schockt. Ich bin einfach geladen von der Frau. Ich kenne die seit Jahren und die zieht ja eine Mordshow ab und da platzt mir gerade die Hutschnur. Du spinnst doch wirklich. Soll ich mich anfangen, red ich nicht. Melanie, Müller, Alter. Wie bist du denn drauf? Gewinn das Ding und fahr zur Hölle, Alter. Geh mir nicht auf den Sack, geh mir einfach aus dem Weg, okay? Genau, mach das so, tu dich wichtig. Verkauf dich gut, du bist hier die Mutter. Genau, das war doch dein Plan, Alter. Ja, das ist das Allerletzte. Dieser Mensch ist das Allerletzte. Allerletzte. Weißt du, diese Melanie Müller geht einfach gar nicht. Ich mache die so mürbe, bis sie entweder von alleine geht oder bis die hier echt komplett verkackt. Das ist mir scheißegal. Aber so dieses Anbrüllen, wie die Müller mich da gerade angebrüllt hat, ey, ist die wieder voll wie ein Eimer oder was ist mit der nicht richtig? Ey, ganz im Ernst. Ich glaube, ich bin die Nüchterste von allen. So ist das. Bitte was? Ey, jetzt raus, okay? Rezitierung, Mittelpunkt zu stellen. Okay, alles ist gesagt, alles ist gesagt. Jetzt lassen wir mal gut sein, ey. Jeder geht wieder, du auf blaue Ecke, du auf rote Ecke. Feierabend jetzt. Ich muss nicht nur sorgen. Ich habe wenigstens was gewissen in Corona-Zeiten. Du nicht! Woosa!